hallo zusammen da bin ich wieder wieder mal mit einem spannenden video für euch heute habe ich mal nichts groß vorbereitet sondern ich möchte einfach mal aus dem bauch raus so ein bisschen mit euch sprechen und zwar geht es eigentlich darum was mich so ein bisschen nervt in der heutigen welt der behandlung oder auch medizin oder wie auch immer man das titulieren möchte und zwar geht es eigentlich darum dass zwei signifikante strukturen im körper die eigentlich maßgeblich für alles sind oder den größten einfluss haben dass man da einfach dem zu wenig beachtung schenkt und auch da nicht so wirklich genügend darauf eingeht ja und zwar geht es um zwei ganz wichtige strukturen die meiner meinung nach auch hierarchisch an der obersten stelle sind und da sind glaube ich alle auch oder die meisten sind d'accord und zwar geht es einmal um die zentrale nervöse struktur also das hirn und das rückenmark und der darm genau worauf will ich eigentlich hinaus ja wir wissen ja dass ja das zentrale nervensystem alle funktionen steuert also und ohne gehirn werden wir nicht überlebensfähig und ohne die außentretenden spinal nerven die im segment organe haut und muskeln innervieren würde dort auch überhaupt nichts funktionieren oder stattfinden des weiteren eben ein wichtiger teil des zentral nervösen systems ist das vegetative nervensystem und das habe ich ja schon mal in einem anderen video erwähnt da geht es ja um den sympathikus und parasympathikus ja und wir wissen natürlich dass heilung im körper eigentlich nur im parasympathischen zustand stattfinden kann was mich da so ein bisschen dann eben immer irritiert ist ich mache ein beispiel also angenommen ein patient kommt und er hat ein nervales problem auf höhe l3 also im untersten wirbelanteil also im dritten lendenwirbel im unteren rücken und erfährt dort eine nervenkompression dieser patient wird höchstwahrscheinlich entweder irgendwann ein blasenleiden entwickeln bei darmen kann das auch vermehrt menstruationsbeschwerden verstärken oder auslösen oder auch endometriose zum beispiel mit bedingen oder verursachen oder begünstigen und bei kindern oftmals führt das auch eben zu bett nässen ja oder eben auch impotenz oder knieschmerzen also nehmen wir mal diesen beispielhaften patienten der es ein problem l3 hat er kommt also jetzt mit einem blasenleiden und knieschmerzen ja weil dort das vegetative nervensystem nicht in der lage ist die nötigen signale dahin zu bringen damit die struktur den notwendigen zellaufbau stattfinden lassen kann oder auch die nötige reparatur dann wird das so ablaufen dass diese person oder dieser patient natürlich mit den zwei jeweiligen beschwerden zu zwei verschiedenen fachärzten gehen muss ja einerseits wird er den urologen aufsuchen wegen seines blasenleidens und einen orthopäden wegen seiner knieschmerzen und jetzt werden natürlich beide symptome in irgendeiner form oder art und weise behandelt wobei beiden beschwerden eigentlich das zentral nervöse system zugrunde liegt das problem ist eben dass dem viel zu wenig beachtung geschenkt wird ja und man sollte also immer schauen dass wir uns in die andere richtung bewegen weil heutzutage ist es ja so wir gehen immer mehr ins detail immer ins detail ja wir gehen immer weiter in die zelle rein mit dem mikroskop raster elektron mikroskop und so weiter immer immer tiefer und tiefer und dann denke ich dass ganz ganz viel einfach übersehen wird was oft eigentlich offensichtlich wert und so erfahrungswerte von anderen therapeuten und oder auch herzen die natürlich mehrheitlich auch in die hierarchisch übergeordnete struktur rein arbeiten oder sich eben mit dem zentralen nervösen system mehrheitlich beschäftigen die sehen auch dass wir dort natürlich uns eher in die andere richtung bewegen sollten statt immer ins detail zu gehen und das wollte ich einfach mal so ein bisschen ansprechen weil man man findet eben häufig oder in der regel bei all diesen patienten die multi mit multiplen beschwerden kommen wenn man das zurückverfolgt ja dann landet man immer wieder bei derselben struktur und und das ist eben die wirbelsäule in ihrer statik und auch mit ihrem zentralen nervösen system ja welches ja das motorische somatosensible und aber auch das vegetative oder somatische system mit beinhaltet genau das wollte ich einfach mal angesprochen haben dass man dem mehr beachtung schenken sollte und das spiel mal andersrum spielen und nicht immer nur segmental oder symptom gesteuert weiter ins detail reingehen sondern mal diese strukturen zurück zu verfolgen an die eigentlichen effektor organe die hierarchisch für alles eigentlich verantwortlich sind genau also vielen lieben dank dass ihr meinem ja ja geistigen ausrutscher mal zugehört habt und genau wünsche euch eine gute zeit und hoffe dass euch unsere kleine konversation irgendwo weiterbringt oder auch gefallen hat also vielen vielen lieben dank und ich freue mich euch wieder mal zu sehen bzw mich mit euch zu unterhalten und einfach mal ein bisschen meine denke rauszulassen also bis bald